Nummer 5. Fahrradanhänger Sienna. Geeignet für den Transport von zwei Fahrrädern. Kann leicht auf- und abgebaut werden, kann nicht gekippt werden. Er verfügt über überdimensionierte Radträger und ist komplett mit einer Repaaterstange mit Beleuchtung und 13-poligem Stecker ausgestattet. Er wird mit Armen für das zweite Fahrrad geliefert und hat einen Sicherheitsgurt, der direkt auf den Fahrradträger genäht ist. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 4. Mit diesem Fahrradträger von Thule Ride-On können Sie problemlos zwei Fahrräder transportieren. Ein intelligenter Kopf bringt ihn schnell am Haken an. Die Plattform ist genial und lässt sich selbst im Bela-Denen-Zustand zusammenklappen, um freien Zugang zum Kofferraum zu erhalten. Die legendäre Qualität von Thule und die gute Verarbeitung dieses Modells werden Sie bei regelmäßigem Gebrauchvorlauf zufrieden stellen. Einfache Befestigung am Haken mit Hilfe eines Hebels. Klapphalterung für den Zugang zum Kofferraum. Rahmenbefestigung mit Riemen im Lieferumfang enthalten. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 3. Ausgestattet mit einem äußerst kompakten und funktionellen An- und Abkoppelsystem. Er lässt sich mit Hilfe eines Pedals kippen, um das Beladen von hinten zu erleichtern. Er verfügt über eine breite Radauflage und einen Sicherheitsgurt, der direkt auf den Fahrradträger genäht ist. Es wird mit Armen für alle Fahrräder geliefert. Und er wird komplett mit einem Schloss zum Verschließen des Fahrrads geliefert, das auch ohne Fahrradträger verwendet werden kann. Hergestellt mit kratzfester Farbe. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 2. Diese robuste Fahrradplattform kann leicht an allen Arten von 50 mm Zugkugelgelenken befestigt werden, einschließlich Schwanenhals, abnehmbarem oder geflanschtem Design. Die Fahrräder werden durch eine Trägerstruktur an ihrem Platz gehalten und durch eine Konstruktion mit Gurten und einem Verriegelungsarm doppelt gesichert. In der Beschreibung finden Sie den Amazon-Link für dieses Produkt. Nummer 1. Vollständig faltbar, für einfache Montage, Transport und Lagerung. Die hohe Ladekapazität ermöglicht den Transport von Elektrofahrrädern und schweren Mountainbikes. Weiter auseinanderliegende Radauflagen ermöglichen den Transport von großen Fahrrädern mit langem Radstand. Verstellbare Radstützengurte mit Ratschenschnallen zur leichteren Rettblockierung bis zu 11,9 cm. Leichter Zugang zum Kofferraum auch nach dem Beladen der Fahrräder dank der Pedalbetätigten Kippfunktion. Dank der Anfangsstabilität des Deichselbefestigungssystems kann der Fahrradträger vor dem Schließen des Verriegelungshebels schnell und einfach montiert und eingestellt werden. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung.